Rebecca Reusch, 15 Jahre. Ein Mädchen mit Zielen und Träumen. Wo ist Rebecca? Sie hat sich wohl nicht bei ihren Familienangehörigen gemeldet. Wir gehen davon aus, dass das Mädchen einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Wasser kommt. Nicht zu wissen, was passiert ist, das ist das Schlimmste. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Spur der Täter. Der Fall der seit dem 18. Februar 2019 verschwundenen Rebecca Reusch beschäftigt weiterhin die Polizei. Ein Familienmitglied steht unter Tatverdacht. Ein Umstand, der Familie Reusch auf eine Zerreißprobe stellt. Rebecca ist im besten Teenie-Alter. Sie liebt es, Selfies zu machen, Fotos, Videos, in denen sie im Mittelpunkt steht. Ein typisches Kind der Generation Z, die ihre digitalen Eigenkreationen über die sozialen Netzwerke verbreitet. Und für die Fotomodell ein Beruf ist, wie es für ihre Oma der Beruf der Verkäuferin war. Sie ist gut behütet aufgewachsen. In einer bodenständigen Handwerkerfamilie mit zwei großen Schwestern ist sie der Sonnenschein ihrer Eltern. Eine sehr soziale, lebenslustige, humorvolle, zwischendurch eine kleine Spinnerin, so ein ganz normaler Teenager, die aber sehr liebevoll auch zu uns allen ist. Der 17. Februar 2019 ändert das harmonische Familienleben von Grund auf. Rebecca will an diesem Sonntag bei ihrer älteren Schwester Jessica und ihrem Schwager Florian im Stadtteil Britz übernachten. Ihre Schwester und ihr Schwager haben ein zweijähriges Kind und Rebecca versteht sich mit beiden sehr gut. Sie ist gern bei Jessica. Also Sonntag war mein Mann noch kurz zu unserer Tochter gefahren und hatte noch Rebecca ihre Ohrentropfen hinterhergefahren, weil sie die vergessen hatte. Und Wasser und Orangensaft und noch ein bisschen Kleingeld, damit sie sich den nächsten Tag dann noch für die Schule was ruhen kann. Ich bin auch nicht allzu weit rein ins Haus, ich bin nur vorne im Flur geblieben, weil ich ja wirklich nur die Sachen abgeben wollte und habe kurz mit ihr geredet, ihr alles gesagt und gegeben. Und dann haben wir uns eigentlich auch schon wieder verabschiedet und bin wieder nach Hause gefahren. Rebekkas Schwager Florian ist Koch in einem Hotel. Am Sonntagabend feiert er mit Kollegen eine verspätete Weihnachtsfeier. Abends schauen die Schwestern noch Fernsehen. Gegen 23 Uhr geht es für Rebecca dann ins Bett. Rebecca schläft wie immer auf der Couch im Wohnzimmer des Einfamilienhauses in Britz. Erst am Montagmorgen um etwa 5.45 Uhr kommt Florian nach Hause. Es war eine typische Weihnachtsfeier, es wurde gut gegessen und getrunken. Aber Florian kann nicht leicht einschlafen. Später werden die Ermittler feststellen, dass er noch im Internet aktiv war. Um 7 Uhr verlässt seine Frau Jessica, Rebekkas ältere Schwester, mit ihr kleinen Tochter das Haus. Kurz darauf klingelt das Telefon. Ich hatte morgens angerufen, weil, naja, Kontrolle, ob sie nicht verschläft. Und da war aber dann gleich die Mailbox dran. Und dann hatte ich meine Tochter angerufen, die Große, die war dann schon aus dem Haus. Dann habe ich gefragt, sag mal, hat sich denn Becky schon fertig gemacht? Und ich meinte, ach Mama, weißt du noch nicht, die hat einen Block später. Also sie hat dann erst 10 vor 10 Unterricht, weil Englisch fällt aus. Nein, gut, okay, dann rufe ich später an. Etwas später ruft Mutter Brigitte dann nochmal direkt auf dem Handy von Rebecca an. Sie hatte über Nacht immer ihren Flugmodus an, weil er öfters dann immer nachts immer Anrufe kamen. Und damit sie schlafen kann, hat sie immer Flugmodus. Ja, und dann habe ich sie nicht erreicht. Und dann habe ich meinen Schwiegersohn angerufen. Und da hat er mich erst weggedrückt und eben aus dem Schlaf raus. Und dann, man dachte, okay, dann fahre ich einfach hin. Dann habe ich gesehen, wie ich mich fertig gemacht habe. Ach Mensch, der hat angerufen, hat ich zurückgerufen. Meinte, nein, was hast du denn? Meinte, nein, ich wollte fragen wegen Becky, ob sie noch da ist oder ob sie dich schon fertig macht oder so. Meinte, nein, ich gehe mal gucken. Ist ja die Treppe runtergegangen, was man auch gehört hat. Und dann hat die Tür aufgemacht und meinte, du, hier ist gar keiner, ist alles dunkel und die ist gar nicht mehr da. Und dann hatte ich ihr dann nur noch eine WhatsApp geschickt. Und habe dann gesagt, ich hoffe, du bist gut in die Schule angekommen. Konnte dich nicht erreichen. Und das war es dann. Dass die Nachricht auf Rebeckas Smartphone angekommen ist, lässt sich später aufgrund des WhatsApp-Protokolls nachvollziehen. Ob Rebecca sie gelesen hat, weiß man nicht. Aber warum sollte sich die Mutter Sorgen machen? Denn Rebecca, davon gehen alle aus, ist inzwischen in der Walter-Gropius-Schule, wo sie in die 10. Klasse geht. Also kein Grund zur Sorge für die Mutter. Wir hatten beschlossen, dass ich mit dem Frühjahrsputz anfange und habe da losgelegt. Und war den ganzen Tag beschäftigt. Florian verlässt das Haus in Britz in einem Twingu gegen 10 Uhr. Trotz Feierbissen in den Morgen hat er offensichtlich noch etwas Unaufschiebbares vor. Sein Weg führt ihn über die Autobahn Richtung Polen. Eigentlich wollte Rebecca am Nachmittag wieder bei ihrer großen Schwester sein. Meine Tochter hat mich dann anrufen, die Große, und hat gesagt, ob Rebecca nach Hause gekommen ist, weil sie wartet hier. Und eigentlich hätte sie, wäre sie auch gerne noch im Britzer Garten, weil noch so schönes Wetter ist. Und jetzt wartet sie und sie kommt nicht. Und dann hat er gesagt, naja, die hat doch bis 16.05 Uhr Schluss. Meinst du, nein, heute bis 15.20 Uhr. Und sie wollte um 16 Uhr bei mir sein. Und dann meinte ich, die hat sich bestimmt verquatscht, die kommt bestimmt gleich. Aber dann, eine halbe Stunde später, hat sie wieder angerufen und meinte, Mama, die ist immer noch nicht da. Und dann hat er gesagt, ja, und das Handy hat sie auch immer noch nicht an. Dann hatte ich dann den Lehrer angeschrieben, E-Mail, dann hat er auch relativ schnell angerufen. Und dann hat er gesagt, Rebecca war gar nicht in der Schule. Und da war für mich dann klar, da ist was passiert. Was ist an diesem Morgen mit Rebecca passiert? Im ersten Moment geht einer Mutter vieles durch den Kopf. Sie wurde verschleppt. Sie ist zu einer geheimen Fotosession unterwegs. Sie trifft einen neuen Freund, von dem die Eltern nichts wissen. Die Mutter ist ratlos. Die Polizei wird verständigt, hält sich aber zurück. Der Profiler und Polizeipsychologe Adolf Gallwitz ist auf den Spuren verschwinden und analysiert mit uns den Fall. Wenn Rebecca ein Kind gewesen wäre, also unter 14 Jahre alt gewesen wäre, dann wären die Maßnahmen unmittelbar nach Verständigung der Polizei angelaufen, weil Kinder bei uns in Deutschland immer als sich in einer Notlage eingestuft werden, wenn sie nicht mehr im Elternhaus sind. Dadurch, dass Rebecca aber bereits eine Jugendliche kein Kind mehr war, ist hier eine Wartezeit von 24 Stunden. Und es läuft ganz anders an, weil man bei Jugendlichen und später dann auch bei Erwachsenen so viele Rückkehrer hat nach wenigen Tagen, dass man nicht von vornherein gleich voll durchstanden kann. Die Eltern können also nur abwarten, die Hoffnung haben, dass ihre sonst so zuverlässige Tochter in diesem Fall einen Ausrutscher hat. Aber gegen die dunklen Gedanken hilft nicht viel. Für mich war der nächste Tag, ich war kein Mensch. Ich konnte nicht denken, mein Haus wurde belagert. Alle sind gekommen, wollten natürlich irgendwie nur Gutes, aber für uns war das, also an den Tag konnte ich überhaupt nicht denken. Es ist die mittlere Schwester von Rebecca, Vivian, die schnell die Zügel in die Hand nimmt und mit Freunden über die sozialen Netzwerke eine Suchaktion nach ihrer Schwester startet. Also ich bin Vivian, die Schwester von Rebecca und wir gucken, ob wir irgendwelche Hinweise finden, eventuell auf was von ihr, was sie bei hatte, ihr Telefon, ihre Jacke, ob hier irgendwas entsorgt wurde und einfach schauen, ob wir einen Hinweis doch irgendwie finden. Aber Vivians Suche und die von Freunden und Bekannten und vielen, die helfen wollen, bleibt befolglos. Die Eltern suchen jetzt anderweitig Hilfe. Da haben wir eben durch die Presse versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass doch jeder mal guckt in Nachbarwohnung, Nachbargrundstück, ich weiß nicht was alles, Lauben und so weiter. Da hatten wir so einen kleinen Aufruf gemacht und haben eigentlich gehofft, dass da irgendwas bei rauskommt. Aber das war auch nicht. Wo ist Rebecca? Am Tag drei des Verschwindens sind die Eltern ratloser denn je. Es gibt trotz eigener Suche keine wirklichen Anhaltspunkte, auch in der Schule, bei ihren Mitschülern keine Erklärung. Und von der Polizei fühlen sich die Eltern sowieso im Stich gelassen. Ich habe am Mittwoch den einen, den man uns zugeteilt hat, angerufen und der meint, da wissen Sie, wie viel Arbeit ich hier auf dem Schreibtisch habe. Ich habe hier Berge und ich kann ihren Fall jetzt nicht gerade bearbeiten. Und es gibt noch andere Fälle, die wichtiger sind und da müssen Sie sich beim Polizeipräsidenten beschweren. Und das war dann die Aussage. Die Polizei veröffentlicht nach drei Tagen eine vermissten Anzeige. Mit der Veröffentlichung eines Fotos erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung. Der Profiler Adolf Gallwitz sondiert die Wohnsiedlung, in der das Haus von Rebeccas Schwester steht. Es gibt eine Reihe von Tatsachen und Vermutungen, was sich am Morgen des 18. Februar zugetragen haben könnte. Rebecca hat Sneakers und einen Rap-Monster-Hoodie angezogen und einen Vans-Rucksack übergestreift. Auch eine rote Fließdecke hat sie mitgenommen. Vorausgesetzt, sie hat das Haus ihrer Schwester lebend verlassen. Wenn sie an diesem Morgen durchgelaufen ist und es hat sie niemand gesehen, dann würde es dafür sprechen, dass sie alleine durchgelaufen ist und man irgendwie wahrgenommen hat, ach, das ist das junge Mädchen, das manchmal hier irgendwo zu übernachten scheint. Sie gehört mit in die Gegend. Wenn sie jetzt in irgendeiner anderen Auffälligkeit hier durchgegangen wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit auch größer gewesen, dass man sie an mehreren Stellen wahrgenommen hätte. Aber welchen Weg könnte Rebecca gegangen sein? Die nächstgelegene Bushaltestelle, die für Rebecca auf dem Weg zur Schule in Frage kommt, ist etwa 700 Meter vom Haus ihrer Schwester entfernt. Wenn sie aber überhaupt mit dem Bus zur Schule gefahren ist. Jedenfalls wollen sie unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Bussen gesehen haben. Eine Zeugin hat sich relativ schnell bei uns gemeldet über unser Bürotelefon. Und die Dame hatte eben gesagt, dass sie so groß und ihre Plüschjacke da eben anhatte. Und sie noch dann dachte, ach Mensch, die würde meiner Tochter auch gut gefallen. Und hat er eben den Rucksack beschrieben und in der rosa Tasche war eben die Deckel reingelegt. Ja, und da hat sie gesagt, sie glaubt zwei Stationen und die dritte ist sie eigentlich dann schon ausgestiegen und hatte sie aber eigentlich nicht mehr gesehen. Ist Rebecca nun wirklich Bus gefahren? Überwachungskameras der betreffenden Busse könnten Klarheit bringen, aber die Auswertung hat nichts ergeben. Bleiben die Zeugen und die sind hier ein Problem. Ich sehe immer eine grundsätzliche Problematik mit Augenzeugen. Ein Fall, der für einige Wochen die Menschen sehr bewegt, wird immer ein bisschen so verortet, wie man es gerne hätte. Man macht sich da ein Gesamtbild, was im Einzelpunkt nicht stimmen muss. Es ist möglich, es ist aber auch möglich, dass es überhaupt nicht stimmt. Musik Zehn Tage bleibt unklar, was mit Rebecca geschehen ist. Doch die Polizei hat natürlich weiter ermittelt und am 28. Februar wird dann Rebeccas Schwager Florian verhaftet. Es trifft die Familie wie aus heiterem Himmel, dass dies nun passiert. Nur die Ermittler wissen vorerst, warum Florian plötzlich festgenommen wird. Ohne jetzt auf die Details einzugehen, war es so, dass die Ermittler davon ausgegangen sind, dass Rebecca einem Tötusdelikt zum Opfer gefallen ist. Verdächtig war der Schwager eine Person aus ihrem unmittelbaren Umfeld, da passte vieles zusammen. Was war passiert? Wovon gehen die Ermittler aus? Die Theorie ist einfach. Der Schwager war mit dem Mädchen allein zu Haus. Er hat sie getötet und Rebecca hat das Haus nicht lebend verlassen. Das Mädchen und ihre Sachen hat er später entsorgt. Die Familie ist über die Verhaftung entsetzt. Dass der Schwager der Täter sein könnte, unvorstellbar. Man hat nur noch klack, klack gehört. Meine Tochter ist zusammengebrochen. Ich habe sie angeschrieben, dass sie einen riesengroßen Fehler machen. Er ist acht Jahre in unserer Familie. Wir sind sehr eng. Er hat auch am Anfang gleich bei uns auch gewohnt. Das ist wie eben Sohn. Also mehr als nur ein Schwiegersohn. Er ist sehr liebevoll, sehr ruhig, wie mein Mann. Auch sehr fleißig, loyal. Und ein toller Papa, ein toller Ehemann. Bernd ist für ihn so der Vaterersatz. Den hat er nicht. Und da hat er eben auch, zu Bernd, noch ein anderes Verhältnis. Also es ist ein sehr liebevolles Verhältnis. Die Kriminaltechnik untersucht das Haus jetzt vom Keller bis zum Dachboden. Auf der Suche nach dem entscheidenden Beweis, der hier zu finden sein soll. Auch das Auto der Schwester bringt die Ermittler nicht ans Ziel. Es hat natürlich Spuren gegeben, die gesichert worden sind, die ausgewertet worden sind. Aber es ist nie eine, sag ich jetzt mal, Smoking Gun gefunden worden. Es sind auch keine Tatspuren gefunden worden in der Wohnung, die uns nun weitergebracht hätten. Eine Enttäuschung für die Ermittler. Denn die Indizien gegen Florian scheinen schwer zu wiegen. Am Tag von Rebekkas Verschwinden wird der Twinko von Jessica und ihrem Mann Florian am Vormittag auf der A12 bei Stolko von einem automatischen Kennzeichenerfassungssystem registriert. Natürlich haben die Ermittler eine Vorstellung davon, was Florian hier wollte, zumal er am nächsten Tag nochmal dieselbe Strecke fährt. Natürlich spielten diese Fotos eine Rolle für die Hypothese, wo ist Rebekkas geblieben, was mit ihr passiert. Er kann das nicht plausibel erklären. Es gab gewisse Erklärungsversuche, aber im Ergebnis will ich mich dazu auch nicht weiter äußern. Für die Polizei spricht alles dafür, dass sie einen Täter hat. Doch es fehlt der entscheidende Beweis. Also werden Rebekkas Eltern weiter bearbeitet. Wir haben ständig dann Anrufe bekommen und dann wurde ich gefragt und haben sie ihre Meinung geändert. Halten sie ihren Schwiegersund für schuldig? Ich habe gesagt, nein, sie haben immer noch keinen Beweis, trotz Spurensuche, Leichenhunde etc. kam ja nichts dabei heraus. Mein und zwei Bilder beweisen für mich nichts. Und so kommt es, dass Florian auf Anordnung des Ermittlungsrichters wieder freigelassen wird. Der Familie erklärt er, warum er am Tag von Rebekkas Verschwinden auf der A12 Richtung Polen unterwegs war. Es ging möglicherweise um illegale Geschäfte. Von Drogen ist die Rede. Die Familie glaubt ihm. Mehr wollen wir dazu auch nicht sagen. Die Familie hält zusammen. Das ist es, was Familien ausmacht. Wir gehen durch dick und dünn. Doch der Polizeipsychologe weiß, wie rissig solche Familienbande werden können. Ich denke, durch diese Information, vor allem der Familie gegenüber, was er in diesen zwei Fahrten für Absichten hatte und was er gemacht hat, ist die Familie im ersten Moment zufrieden und denkt, das ist eine plausible Erklärung, warum er es nicht gesagt hat. Und es hat auch nichts mit einer Beteiligung am Verschwinden von Rebekkas zu tun. Aber ich denke, im zweiten Schritt bleibt er schon ein bisschen im Hals stecken. Er hat oder hat wieder oder wie auch immer mit Drogen zu tun als Konsument, als Dealer. Und ob ihn das dann mittelfristig in der Familie als einen sicheren Informanten über die letzten Stunden Rebekkas macht, da kann man so ein bisschen seine Zweifel haben. Zweifel bleiben auch bei den Ermittlern. Am 4. März wird der Sparger wieder verhaftet. Man muss nun davon ausgehen, dass den Ermittlern in den letzten Jahren, in den letzten 72 Stunden ein entscheidender Beweis gelungen ist. Also der Eindruck, dass wir uns nun von Beginn an auf den Schwager festgelegt haben, ist auch nicht richtig, ist nicht zutreffend. Sondern hier wurde ganz professionell einfach die Situation erfasst, die Hinweise abgearbeitet. Und aufgrund dieser Gesamtschau hat sich der Verdacht einfach gegen den Schwager als einzig in Betracht kommenden Beschuldigten in diesem Zusammenhang ergeben. Und selbstverständlich sind wir dann diesem Verdacht auch nachgegangen. Aber nicht so, dass wir etwa die Augen verschlossen hätten vor anderen Möglichkeiten. Aber es haben sich keine Hinweise, keine Tatsachen ergeben, die in eine andere Richtung deuten. Das muss man ganz klar sagen. Die Ermittler versuchen jetzt alles, um den Sack zuzumachen, den Tatverdächtigen zu überführen. In der Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst werden die Sachen gezeigt, die Rebecca zum Zeitpunkt ihres Verschwindens getragen haben könnte. Und die Eltern von Rebecca sollen weitere Infos bringen. Wir wurden vorher schon sehr gehetzt, um Nachweise zu bringen, wo wir es her haben, wann wir es gekauft haben, wie viel es gekostet hat. Was ich überhaupt noch nicht verstanden hatte, weil man mir sagt, warum suche ich nicht meine Tochter? Stattdessen soll ich ihnen sagen, wo die Decke her ist, wo die Hose her ist, wo die Jacke her ist. Nein, jetzt brauchen wir alles für XY. Nein, wie jetzt schon? Prinzipiell ist die schnelle Fahndung nach einer Vermissten gut. In diesem Fall geht es aber wohl hauptsächlich um die Veröffentlichung eines Fotos des Mannes, den die Polizei für den Täter hält. Ja, wir haben uns also entschlossen, das Bild des Tatverdächtigen zu veröffentlichen. Sie haben es ja angedroht, wenn er nicht redet, wird sein Bild freigegeben. Und also für mich sind Methoden, ich fand es unmöglich. Es ist die Fahrt Richtung Polen am Tag des Verschwindens von Rebecca, welche die Ermittler nicht ruhen lässt. Der Grund dafür ist, dass der Schwager schweigt und die Autofahrt in das Bild des Abtransports einer Person, tot oder lebendig, passen könnte. Und das Gebiet um den Ort Storkow ist dem Schwager bekannt. Hier hat er Verwandtschaft. Und so beginnt am 7. März 2019 eine groß angelegte Suchaktion. Die Polizei durchkämmt mit einer Hundertschaft und Hunden ein Waldgebiet nahe dem Ort Kummersdorf-Storkow, südlich von Berlin. Hat der tatverdächtige Schwager Rebecca hier irgendwo verschwinden lassen? Das ist die Aufgabe der Ermittler, alles zu tun und das Schicksal von Rebecca aufzuklären. Und so auch hier, Sie müssen sich vorstellen, ist ein riesiges, eine bundesweite mediale Berichterstattung über den Fall. Hatte also große mediale Aufmerksamkeit. Wir haben eine Vielzahl von Zeugenaussagen. Wir hatten Wahrsager, die sich bei uns gemeldet haben und Angaben machen wollten. Also, selbstverständlich müssen wir diesen Hinweisen nachgehen. Und aufgrund der Gesamtsituation, auch der Aufnahmen von der Autobahn, mussten wir den Hinweisen nachnehmen, dem Verdacht nachgehen, dass Rebecca sich dort möglicherweise befinden könnte. Deshalb die aufwendigen Suchmaßnahmen. Die Suche nach Rebecca geht auch in der darauffolgenden Woche weiter. In einem Waldstück bei Rieblos werden Reifenspuren gesichert. Ohne Erfolg. Der Profiler Adolf Gallwitz ist mit uns in das Suchgebiet gefahren. Die Frage ist, wie geeignet ist dieses Gelände hier, eine Leiche zu verstecken? Die Bäume stehen hier so, dass wir, wenn wir an Jäger denken, immer damit rechnen müssen, dass jemand mal mit dem Fernglas irgendetwas sieht. Der Boden hier ist sehr hart. Also, wenn man hier eine Grube graben möchte, braucht man Werkzeuge und Zeit. Und ein wichtiger Punkt ist immer, wo fahre ich hin, wenn ich als Täter in der Not bin, dann fahre ich in eine Gegend, wo ich mich auskenne. Und wenn ich mich hier auskenne, dann weiß ich vielleicht auch, wenn ich ein Stückchen weiter nach hinten fahre, dass ich zu einem Sumpfgebiet komme. Und da sind die Möglichkeiten, einen toten Menschen loszuwerden, schon wesentlich einfacher und wesentlich günstiger. Sumpf wäre ein schwieriges Areal, nicht nur für Hunde, sondern auch für Menschen, die sich darin bewegen müssen. Und dann gibt es im Sumpf auch immer eine Mischung an Faulgasen, die es den spezialisierten Spürhunden schwer machen, menschliche Überreste zu finden. Aber längs der A12 gibt es auch zahlreiche Seen, die geeignet sein können, einen Menschen verschwinden zu lassen. Auch hier sucht die Polizei intensiv. Etwa am Storchauer Kanal, der ein Zufluss zum Wolziger See ist. Beim Verwesen menschlicher Überreste entstehen bestimmte Gase. Und auf diese Wahrnehmung dieser Moleküle können Hunde spezialisiert werden. Und deswegen gibt es Hunde, die ganz speziell für den Einsatz vom Boot auf dem Wasser ausgebildet werden. Doch ist es für einen Täter auch nicht ohne Risiko, eine Leiche hier verschwinden zu lassen. Es ist ein riesen Wasserbereich, der hier ist. Also man kann da nur ganz gezielt irgendwo gucken. Und Wasser ist eine heimtückische Sache. Also auch wenn man Menschen mit großem Gewicht beschwert, gibt das Wasser diesen Leichnam irgendwann mal frei. Also insofern ist es immer nur eine Frage der Zeit, wenn hier wirklich etwas im Zusammenhang mit dem Verschwinden passiert ist. Aber es bleibt dabei. Vorerst finden die Ermittler nichts. Keine Lebende und auch keine tote Rebecca. Florian muss aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Es ist ein schmaler Grad, die mit der Existenz seines Tatverdächtigen umgegangen wird. Doch der Rechtsstaat fühlt sich im Recht, mit Florian genau so umzugehen. Das war rechtsstaatlich geboten. Das hat auch keinen mehr überrascht. Das ist einfach so und das ist auch in Ordnung. Gott sei Dank ist das so. Wenn eben ein Verdacht besteht und dieser Verdacht sich nicht weiter erhärtet, dann reicht es eben nicht. So ist das hier gewesen. Und dann wird der Beschuldigte, der in der Untersuchungshaft gesessen hat, eben aus der Untersuchungshaft entlassen, wird der Haftbefehl aufgehoben. Das alles ist nur schwer auszuhalten. Für die Ermittler, die sich so sicher sind, den Täter eigentlich gefunden zu haben. Und für die Eltern, die ihren Schwiegersohn für unschuldig halten und die ihre Tochter bis heute nicht wieder haben. Wir haben unsere Familie, die uns sehr viel Kraft gibt. Unsere Enkelkinder, unsere Mädchen. Wir stützen uns gegenseitig. Wir weinen zusammen, wir lachen zusammen. Und wir haben schon immer gesagt, wäre jetzt Rebecca unser einziges Kind, wüssten wir nicht. Das wäre schlecht. Dann wüssten wir nicht, wie es uns geht. Und also, ich glaube, dann hätten wir auch keine Firma mehr. Wir, ich glaube, dann würden wir wahrscheinlich Depressionen sein, ja. Wo ist Rebecca, heute 16 Jahre alt, ein Mädchen mit Träumen und Zielen? Wir haben die Hoffnung, dass sie noch lebt. Deshalb hatten wir diesen Film gemacht. Das war die Spur der Täter für diesmal. Ihnen noch einen guten Abend und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. говорил Wir haben die Spur der Täter für das Täter für die 바ileneiel olsun. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich kann nicht sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Witness will ich ein paar Mal. Und bitte kämp Stage, übrigens immerhin bei mir für eine Depression. Auch wenn wir mit Ihnen war. Und dann bitte Weatherhof. chúng sch Shh scripture willkommen. Vielen Dank.